Nun ist es wieder endlich Armored Warfare Zeit und ich kann euch auch einen neuen Panzer präsentieren. Leider hat es der bei der ersten Testphase noch nicht geschafft gezeigt zu werden, beziehungsweise ich hatte ihn schon aufgenommen, aber leider hat es mir die Aufnahme zerstört. Nun also der Tier 3 M60 Patton, ein sehr schöner und dann auch jetzt einfach mal spannender Panzer, weil er deutlich mehr HP hat als die anderen. Ich gehe auch mal hier auf das Dealer-System und zeige Ihnen euch, wo war er bei dem Wölflis, glaube ich. Da ist er bei dem Wölflis, das heißt M113, dann der LRV und da unten kommt dann schon M60 Patton und Leopard geht dann hier weiter. Eine sehr schöne Linie, wie ich finde. Und nun gibt es auch dann dementsprechend Tier 7, wo dann zum Beispiel auch der Abrams ist. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Man kann ja so reinzoomen. Das ist cool. Okay, das ist auch für mich neu. Und wir schauen uns auch nochmal hier an, weil auch da gibt es natürlich jetzt Tier 7 Panzer. Stingray, Challenger 1, T80. Auch sehr spannend. Ja, ich denke aber, nun genug der Worte. Wir springen einfach ins Gefecht und gucken uns doch mal diesen wunderschönen Panzer live an. Bis gleich! So, da sind wir im Ladescreen und wir sehen, wir sind mit den M60 Patton hier Top Tier im Tier 3 und 2 Gefecht. Also das ist schon mal sehr schön. Auch was sehr gut ist und was man da jetzt anmerken darf, dass man den M60 Patton habe ich hier natürlich nicht frisch erspielt, sondern man hat den aus der ersten RLX-Phase übernommen und behalten. Das ist natürlich schon sehr angenehm. Es gibt auch eine neue Karte, die nennt sich Roughneck. Hier in dem Fall aber die klassische Ghostfield, die wir ja schon aus dem ein oder anderen Video kennen. Ich werde mal hier Richtung Süden fahren. Auch vielleicht eine nette Randnotiz und gut zu wissende Randnotiz. Ihr seht ja, das Spiel eigentlich schon recht performant läuft, gerade in der Aufnahme aber noch ein bisschen ruckelt. Also ohne Aufnahme ist das schon sehr flüssig bei mir alles. Allerdings ist dieses Spiel noch nicht finalisiert in der Form, dass da nicht noch was passiert. Also da haben sie schon die Entwickler gesagt, wenn dann das Game und die Serverstruktur so ist, wie sie es sich vorstellen, dass sie dann an die Performance gehen. Das heißt also, bei Leuten, wo das Spiel aktuell ein bisschen unrund laufen mag, keine Sorge, das wird noch besser. Auch die Sounds, da sind auch noch nicht alle final. Auch da passiert noch ein bisschen was. So, wir schauen, was da vorne jetzt aufgeht. Auch was wir da schießen können gleich. Ein bisschen was war ja schon offen. Der ist schon fast so gut wie tot. Da ist er weg. Scheinbar auch hier ein bisschen überarbeitete Hit-Anzeige. Also hier, das mit den 261 hat meines Erachtens in der Access-Phase 1 noch etwas anders ausgesehen. Und auch wenn man selber getroffen hat. Also man sieht, da wird definitiv gerade dran gearbeitet. Ich habe nach wie vor die Wettereffekte sehr schön. Die gefallen mir nach wie vor außerordentlich gut. Leider nicht. So, bin ich offen. Du kommst von dem Arm X da drüben. Ja, kleiner Scheißer du. Du bekommst natürlich gleich mal. Da bekomme ich jetzt aber ein bisschen mehr. Jetzt keine harten Hits, aber unangenehm. 3 zu 6 steht es. Da ist noch nichts verloren. Noch nichts gelaufen. Erstmal taktisch warten. Ich würde wetten, dass der da schreibt, schon tot ist. Nee, in der Zeit noch nicht einmal. Das ist ja mal was Neues. Der steht hier unter dem Stein. Jetzt muss ich mich mal nach vorne bewegen. Weil die werden natürlich, genau, langsam cappen. Genau, das war jetzt die Befürchtung, die ich hatte. Jetzt ist natürlich eine Situation, die sehr doof ist. Dadurch, dass ich jetzt hier so auf dem eher offenen Feld fahre. Können natürlich auch die Gegner sehr, sehr gut auf mich wirken. Da ist schon direkt auch M60 petten. Und da ist noch einer. Und da ist noch einer. So, diesmal hat er mich durchschlagen. Aber es steht 7 zu 7. Das ist noch, da ist noch nichts gelaufen. Jetzt haben wir ja jetzt vorab den Vorteil des Tarnsystems, dass wir hier natürlich... Aber wir liegen mittlerweile in Führung. Das heißt, wenn wir da entspannt machen, muss ich nur aufpassen, weil der haut mir hier ganze Zeit auf die Kette. Jetzt capten sie wieder. Ich hoffe mal, dass mein Kumpel hier vorne den dann gleich aufbekommt. Da kommt er nicht, aber ich schätze mal, das ist der Skorpion. So von der... Vom Durchschlag her könnte das gut sein. Das werde ich mal weiter vorfahren. Jetzt habe ich mir hier die Faxen dicke. Durch den Cap lasse ich mich jetzt hier nicht besiegen. Da steht doch der eine im Cap. So, jetzt haben sie mich angezündigt. Angezündigt? Angezündet. Und da hat er mir jetzt ordentlich Schaden gemacht. Man sieht, ist bei mir auch wirklich ganz viel kaputt. Aber auch schön zu sehen. Diese Mechanik. Und unten, was da eben alles jetzt mittlerweile im Argen ist. Hier zu sehen. Zack, zack, zack. Aber dem geben wir noch eine. So leicht machen wir es dem nicht. Reload ist natürlich jetzt auch länger. Da ist er raus. So, wo ist der letzte? Die letzten beiden vielmehr. Panzer ist gefühlt gerade nicht mehr der frischeste. Scheppert auch unrund. Aber hier hinten auch schön zu sehen, die Wärmesignatur, die überhaupt des Motors dann da ist. Dieses Flackern. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Grafisch hat dieses Spiel unglaublich viel zu bieten. So, da ist jetzt schon der erste T62 offen. Meine Geschwindigkeit ist mit 21 km durchaus überschaubar. Oh, schöne Explosion. Wir sind jetzt gerade am Cap. Da sind sie beide. Mit 37 Sekunden dauert das Ganze jetzt also noch. Bis wir es durchgecappt haben. Schauen wir mal, ob sie es durchcappen. Oder ob sie rausfahren, um die anderen zwei zu holen. Der MX nimmt jetzt... Oh, jetzt wird es nochmal knapp zwischen den beiden da. Einer ist rausgefahren. Oh, da bin ich offen. Na, jetzt wissen sie, wo ich bin. In dem Fall beide. Ah, der MX ist da weg. Jetzt ist noch der T62 offen. Der fährt jetzt schnurstarkst Richtung Cap. Oh, bis ich jetzt drehe, dauert es deutlich länger. Deutlich länger. So, jetzt mal schauen, ob ich noch was von dem abbekomme. Aber ich glaube, es fasst eher nicht. Trotzdem glaube ich, hat man in der Runde unglaublich viel gesehen. Und das ist für mich bei dem Spiel aktuell das Wichtigste, euch möglichst viel präsentieren zu können. Und Feuer gefangen habe ich bisher noch nie. Also deswegen ist es trotzdem eine sehenswerte Runde. Und ich glaube nicht, dass es die letzte Runde bleiben wird. So, jetzt hält der Maximus von hinten rein. Den Killshot kriege ich vielleicht. Nein, doch nicht. Schade, schade. Da habe ich wirklich nicht mehr viel gefehlt dafür, dass ich da noch rangekommen wäre. Aber sei es drum, es ist ein Sieg. Sehr viel Sehenswertes dabei gewesen. Und von dem her kann man damit, glaube ich, gut leben. Nun gucken wir auf das Scoreboard. Klassischer Ladescreen, den wir ja mittlerweile kennen. Auch da habe ich die Hoffnung, dass das etwas verschnellert wird noch im finalen Spiel. So, die Performance von mir lassen wir mal aus. Da sieht man ja hier schon so ein bisschen die Übersicht, aber ich gucke mir das lieber im Finale an. Naja, und da bin ich doch in die Top 5 gekommen mit dem Schaden. Und von den XP in die Top 6. Also, man sieht hier an dem T62, dass es deutlich besser ging. Der hat eine fantastische Runde gehabt. Auch der M60-Petten hier fantastisch gespielt. Ich habe mich da so ein bisschen unten einsortiert. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wenn ja, lasst mir doch einen Kommentar an oder einen Daumen sehr gerne da. Bis bald, euer Ekaramba. Bis bald, euer Ekaramba.